Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendants. Heute geht es mal um die Nahfahren. Ich habe schon viel über die Waffen geredet, über Bosse, über Mechanics im Spiel, aber noch gar nicht so viel über die Nahfahren, speziell auch über den Nahfahren, den ich hier spiele, nämlich Clay. Und so ein bisschen über mein Bild und was ich finde, was wichtig ist auf einem Nahfahren, um euch ein bisschen, auch in der Menge an Modulen, was wirklich sehr viele sind, wenn man hier mal durchgeht, das sind unfassbar viele Module, dass ihr da so einen kleinen, groben Überblick habt, ey, was brauche ich, gerade auch für die Endbosse. Wir haben heute ganz viele Endbosse gemacht, sind jetzt hier gerade beim letzten, beziehungsweise beim letzten beiden und farm hier aktuell ein bisschen. Und dass ihr wisst, worauf kommt es beim Nachfahren an, worauf müsst ihr achten und ja, darum geht es heute. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich A, noch nicht alle Charakter gespielt habe, das heißt, ich kann sowieso nicht zu jedem Charakter euch jetzt was sagen, deswegen wird zu 90, 80% hier um Clay gehen. Eine Bunny zum Beispiel würde man komplett anders spielen, als man jetzt Clay spielen würde, das wäre ein komplett anderer Bild. Deswegen, wenn ihr jetzt Bunny Main seid, dann könnt ihr hier vielleicht das ein oder andere mitnehmen, aber Bunny würde ich auch komplett anders spielen, das einmal im Hinterkopf behalten. So, dann gehen wir direkt mal rein, würde ich sagen, in die Module, die ich spiele. Ich habe natürlich schon die Kapazität gesteigert auf Clay, das solltet ihr auf eurem Lieblingscharakter auch machen, die maximale Kapazität zu steigern, die ihr dann eurem Lieblingscharakter zuweisen könnt an Modulen. Ganz wichtig, das Item ist ultra, ultra selten. Wenn ihr euch mal anschaut, was ihr dafür benötigt, dann solltet ihr deinen Energieaktivator, wovon ihr zwei in der Story bekommt, wirklich nur dort benutzen, wo ihr auch denkt, den Charakter werdet ihr ganz, ganz lange spielen. Vielleicht macht es sogar Sinn, sich den aufzusparen für eine Ultimate-Version. Wenn ihr sagt, ey, ich will irgendwann mal Ultimate Ajax spielen, dann könnte es Sinn machen, sich den auch aufzubewahren, weil der Bauplan für den Energieaktivator ist schon sehr, sehr selten. Und ja, passt auf jeden Fall auf, dass ihr den nicht einfach verschwendet. Aber wenn ihr den Charakter habt, den ihr unbedingt spielen wollt, dann solltet ihr den auf jeden Fall da draufpacken. Dasselbe gilt natürlich auch für die Kristalle. Wenn ihr den Charakter habt, den ihr spielen wollt, dann solltet ihr immer, wenn ihr auf Level 40 seid, so ein Kristall hier benutzen. Ich bin gerade einen am forschen und ihr seht, ich habe auch wieder genug Material, um noch einen zu machen. Und ja, so solltet ihr auf jeden Fall hier alle Module, alle Modulplätze mit einem Modulsockeltyp ausstatten, um dann das Maximum aus eurem Charakter rauszuholen. Gerade wenn es später in die roten Module geht, die sehr teuer sind, macht das sehr viel Sinn, hier die ganzen Typen reinzupacken. So, und dann gehen wir hier einmal durch. Ganz, ganz wichtig ist, ein Item, ein Modul hier zu nehmen, was euer Sekundärangriff ist. Das ist jetzt hier bei mir Luftmanöver, aber das kann auch Schockschlag sein, Multimanöver. Da gibt es ganz viele verschiedene. Hier Doppelklaue, Kurzschwert, Schockschlag, Tritt und Tonfer. Das sind alles diese Sekundärangriffe. Und da ist es ganz wichtig, wenn ihr die levelt, dann kriegt ihr mehr Kapazität für euren Charakter. Wenn ich hier zum Beispiel Tritt auswähle und dann den Meisterschaftsrang hochsetze, dann seht ihr, dass hier die Kapazität erhöht wird. Das ist also ein ganz wichtiges Modul. Was ihr da nehmt, das überlasse ich euch. Ich würde natürlich irgendein Movement-Modul nehmen, so wie ich es auch habe, mit Luftgreifhaken. Aber wenn ihr den auch nicht habt, solltet ihr auf jeden Fall euren Standardsekundärangriff auch schon mal ein bisschen hochleveln. Vielleicht nicht auf das maximale Level, aber auf jeden Fall schon mal so hoch, dass ihr ein bisschen Kapazität bekommt. Und dann später auch Multimanöver, Luftmanöver und da gibt es auch einen dritten, weiß ich wie der heißt, drüber switchen. Noch ein allgemeiner Tipp, am Ende im schweren Modus gibt es neue Bosse. Und jeder Boss macht extrem hohen Attributschaden. Und ihr seht hier schon, empfohlener Attributwiderstand 7000, hier 8000, hier 8200. Deswegen ist es ganz wichtig und ganz essentiell, dass ihr jedes einzelnes Modul, was euch Elektrowiderstand, Feuerwiderstand, Kältewiderstand und Giftwiderstand gibt, auf maximales Level macht. Und dann auch jeweils einer dieser Typen, er, dieser Kreis, das Dreieck und das Schuriken, in eurem Charakter als Typ habt. Jeweils einen, weil ihr von jedem Boss hin und her switchen müsst. Was ihr noch zusätzlich machen könnt, das ist dann ein bisschen euch überlassen. Es gibt noch ein zusätzliches Modul, was das nochmal prozentual erhöht. Ihr könnt aber dazu alternativ auch das hier rüber machen und in euren externen Komponenten entweder Feuerwiderstand, Kältewiderstand, Elektrowiderstand und Giftwiderstand drin haben. Also welche Kombination ihr da macht, das bleibt euch überlassen. Ich habe so immer ein bisschen beides. Wenn ihr später überall die Kristallkatalysatoren drin habt, dann habt ihr auch genug Modulkomponentenkapazität, um beides haben zu können. Aber ja, wichtig, dass ihr auf jeden Fall die einzelnen Module hier auf das maximale Level hebt. Und dann je nachdem, was ihr braucht, im schweren Modus packt ihr das mit rein. Von den Standardmodulen, die ihr auch relativ früh im Game habt, würde ich euch ganz doll empfehlen, erhöhte Verteidigung und erhöhte LP. Die haben keinen Nachteil, geben euch für 8 Kapazität jeweils sehr, sehr viel Standard-Afix. Gerade Verteidigung und LP ist sehr, sehr wichtig. Und das ist auch fast grundsätzlich für jeden Charakter sehr wichtig. Dann habe ich hier noch Zeitverteilung. Das macht die Abklingzeit hoch und also runter und nochmal Max Live. Das würde ich jetzt vielleicht nicht für jeden Charakter empfehlen, aber für Glay passt das ganz gut. Dann LP-Sammler. Das ist mit so das Wichtigste bei Glay für jeden Charakter, der kein Schild hat und nur mit seinem Leben spielt. Ich glaube, das ist nur Glay, bin mir aber gerade nicht sicher. Aber hier kriegt ihr für jeden Gegner, den ihr besiegt, alle 2 Sekunden 9% Live zurück. Da es keine andere Möglichkeit gibt, im Spiel sich zu heilen, außer Schild und Heilung aufzusammeln, ist das für mich fast auf jedem Charakter einer der wichtigsten Module. Müsst ihr dann selber entscheiden, ob das für euren Charakter wichtig ist oder nicht. Wenn ihr eben mit extrem viel Schild spielt, was bei Glay ja nicht der Fall ist, dann macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Aber wenn ihr relativ wenig Schild habt und viel mit eurem Leben tankt, dann macht LP-Sammler extrem viel Sinn. Hier habe ich noch Schildumwandlung, das heißt, mein Schild geht runter, was ich bei Glay ja gar nicht habe. Und Verteidigung geht hoch. Und dann nochmal hier Stimulationsbeschleuniger. Max-MP geht runter, was ich auch nicht habe. Ich habe keine MP. Und Max-Life geht hoch. Und dann, wie gesagt, ich habe hier gerade noch 24 Plätze offen. Das nehme ich dann immer für den Antikörper und dann später auch noch für die roten Transistenz-Module, wo ihr auch schon mal hinschielen solltet. Gerade für das Endgame ganz wichtig. Könnt ihr euch hier anschauen, was für euren Charakter wichtig ist. Für meinen Charakter, für Glay, will ich später auf jeden Fall Raubtier-Instinkt drin haben. Bei der Verwendung einer Schubswaffe im Raserei-Zustand gibt es immer mehr Angriff. Das will ich auf jeden Fall drin haben. Und massive Blutbildung, Blut und Eisen, da muss ich dann, und Explosives Leben ist ja eh nur Ultimate Glay, muss ich dann später mal gucken, was ich davon spielen will. Aber Raubtier-Instinkt würde ich auf Glay auf jeden Fall spielen. Guckt euch da hier schon mal an, was es so gibt, wo ihr die Sachen finden könnt. Und investiert da auch jetzt schon mal ein bisschen Zeit rein, euch das legendäre Item hier zu holen, weil die extrem teuer sind, um die abzugraden. Ich kann euch das gerade mal zeigen, als Beispiel effiziente Behandlung. Ist ja auch egal welches. Wenn ihr das hoch macht, dann wird eigentlich nur die Cup-Kosten verringert. Aber das Maximal-Level, also bis zum Maximal-Level aufzuwerten, kostet 500.000 Kulpa und 5 Millionen Gold. Ich habe zwar gerade 1,5 Millionen Kulpa und 13 Millionen Gold, aber ihr seht, wenn ich das dreimal mache, oder zweimal mache, dann ist schon alles weg. Deswegen schaut auf jeden Fall, dass ihr nichts Falsches macht, so was ihr vielleicht später gar nicht mehr spielen wollt. Und achtet da ganz doll auf euer Kulpa und euer Gold. Und wie ihr Kulpa farmt, habe ich ja euch schon in den letzten Videos was zu gesagt. Mit Ressoren und dem Farmspot geht das eigentlich ganz gut. Ja, und das war es eigentlich auch schon fast. Mehr habe ich zu dem Nahfahren nicht zu erzählen. Bei den Komponenten, da könnt ihr eigentlich das nehmen, was ihr gerne wollt. Das ist nicht so relevant. Ich schaue natürlich auf die gelben Eigenschaften, auf Kulpa-Splitter-Abwurfrate, auf Modul-Abwurfrate. Und beim Reaktor, da gibt es einen ganz coolen Tipp, da komme ich aber später nochmal drauf zu. In einem gesonderten Video, weil man die Dinger jede Woche neu farmen kann für jeden Charakter. Das wird wahrscheinlich für euch sehr, sehr spannend, das Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Foto da lassen, würde ich mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video. Und was mich sehr interessieren würde, was ihr aktuell für einen Nahfahren spielt. Weil ich spiele ja gerade Glay und fast nur hauptsächlich Glay. Seid ihr Bunny-Spieler? Spielt ihr Ajax? Spielt ihr was ganz Verrücktes? Spielt vielleicht einer von euch Enzo als Main-Charakter? Das würde mich sehr interessieren, was ihr als Main-Charakter aktuell spielt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein! Bis zum nächsten Mal, Leute.